Hallo, ich wollte euch heute einige Bilder von einem unserer Häuser zeigen. So ein Haus oder ähnliche Häuser, falls ihr Interesse daran habt, einfach anrufen und mich oder unser Team kontaktieren. Bleibt dran! Auf einmal! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Bildern etwas behilflich sein. Und falls ihr so ein Haus oder auch größere Häuser, auch individuell geplante Häuser in Paraguay, im Großraum, Piribabui oder grundsätzlich Cordillera benötigt, einfach anrufen oder sich mit unserem Team in Kontakt setzen. Eure Fragen bitte unten stellen, falls ihr Fragen habt, beziehungsweise auch per E-Mail anschreiben. Alle Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Macht's gut, bleibt gesund und immer mit einem Löcheln in eurem Gesicht. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.